und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier aus der grünen hölle jawohl es geht weiter und ich weiß immer noch in der letzten folge sind wir ein paar steine holen gegangen ich glaube das war auch mehr oder weniger erfolgreich ich habe fast 50 kilo steine dabei und die wollte ich jetzt mal ablegen weil es ist schwer ich würde sagen die habe ich auch noch hier ist unser neues lager habe ich gerade gegründet wie troppig einfach so im rucksack nehmen und in die welt platzieren wie schwer ist ein einstein ein kilo nicht dass die dies bohrt nie glaubt nicht ich behalte mal zwei im inventar ja ich behalte auch drei ich hab drei ich hab fünf ich hab mehr ich hab acht ansonsten ich guck mal noch mal schnell hier in meinen blätter sie sind aber nicht trocken es gibt eine leitung palmendach bambushütte hütte seiteneingang alter was haben wir alles neu hier vielleicht werden dach über dem feuer gar nicht so verkehrt vielleicht ist es auch deshalb ausgegangen kann jetzt ein palmer oder bananen 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 weil bananen haben wir mehr ja gut das bananen dach liegt aber auf dem boden ja du müssen davor so ein gerüst machen du hält sagt das doch lustig das ist immer nur das dach hütte seiteneingang als wind bambus seiteneingang hölzer eine kleine wand eine richtige wand rahmen ach lol okay das heißt damit baut man sich quasi das gerüst danach kann man das mit und danach so sehe ich das auch hier kann der wünsch der aufmerksamkeit anziehen ja gut aber es wäre halt schon was was hast du gebaut kleines feuer ja steinfalle ich brauche drin zu trinken wo hast du dein leben gehabt unten im fluss unten im fluss und waschen hingeworfen eigentlich hierhin aber da ist nichts draus gewollt nichts mehr das ist das problem das ist einfach stockzustand und es fällt mir gerade mal so in der aufnahme auf juli mhm in obs ist wirklich einfach nur pech schwarz ja deshalb habe ich ja auch höher gestellt mittlerweile weil ich selber auch nichts gesehen habe ja wow weil ist sie noch gut also vergleichsweise gut aber halt in der aufnahme ist echt nichts ne also ich sehe jetzt deutlich mehr ich sehe alles eigentlich hier ja ist sie alles aber nicht in der aufnahme ich habe das wildschwein ist ein bisschen doof das kommt hier immer wieder zurück das wird wildschwein ist tot du hast doch eine klinge das stets bemüht sammeln hast du immer noch kein dach gemacht ihr habt noch kein gerücht gemacht wie du sie ein leben mischer was ist ein leben mischer wahrscheinlich was wir brauchen um steinziegel ein leben ziegel zu kriegen eine frage wie kriegt denn diese holzscheite da wieder raus und ich habe ekel erweitert und nehmen stand ist da ja habe ich gerade gemacht ja dann wir haben vier macht euch hier mal dein leben ding schlafen schlafen hallo halten und schlafen und so blut erforderlich ja wie machen wir den klient und habe ich doch schon so eine feuerbrett und trockene blätter ja aber warum brennt es nicht weil es regnet wie mache ich feuerbrett du brauchst du so wenn du so ein holzscheitel auseinander nehmen ich kriegst und so ein brit quasi machen wir hier diese scheiße renzen hier weg stimmt ich könnte irgendwann auch mal eine axt bauen oder so die pflanzen hier geben wir sowas noch ein zeiger weil ich bin hungrig mein freund ich auch und vor allem durstig mein klapperfleisch ist verdorben das kann ich jetzt wegschmeißen geil meins geht noch eine stunde und 17 minuten bei mir ist alles auf alles auf down was ist das denn pk pk was ist pekari fleisch also fleisch von einem pekari aber wir sind pekari habe ich ja noch nie gehört ich habe nicht ich habe kokos kokospalmen grün moment ich guck mal ob ich das feuer hier wieder an kriege beziehungsweise ich will ja erst mal was haben um das nee als allererstes wollte ich wasser machen danke dass mich grad wieder daran erinnerst dass mein charakter durstig ist was ist denn kokospalmen grün ich bring mal kokospalmen grün hoch mach du was ist das denn ich glaube die lebendusche ist wirklich nicht leben dusche und nix zum sauberes wasser kriegen ich kriegt man denn sauberes wasser irgendwie müssen wir jetzt so eine art topf bauen um das sauberes wasser zu kriegen probier mal probier mal ich weiß nicht was ich hier hoch den kokospalmen grün keine ahnung was es ist probieren die mal kaputt zu machen da ist eine kokosnuss drin kann ich aufheben kaputt machen kokosnuss wasser sauber stimmt da kriegt man diese aber wie macht man zerstören netzer stamm ich kann nur aufheben du hast ekel an deinem bein echt moment mal jetzt nicht mehr aber wie mache ich die kaputt wie öffne ich die ja wie öffne ich die trussschlag du geld ja klappt ja wunderbar jetzt wusste ich doch hier kokosnuss leer und bei dir steht jetzt wasser drin in verwenden gehen wir da weg das wollte ich nicht und irgendwie kann man die doch die schallen öffnen jetzt glaubt oder irgendwie ging das doch ja so neben jetzt kann man jetzt kann man die dinge hier einfach so da droppen und wenn es regnet bekommen wir wasser ich habe jetzt das kokos kokosnussfleisch gegessen gegessen ich glaube wir brauchen die schale ja aber ich habe das im inventar gegessen und jetzt ist die ganze kokosnuss weg gerne hier und kokosnussschale leer hier ja und die jetzt regnet es natürlich nicht aber jetzt musst du mit deiner guckt muss auch machen ich ja ich bin ja ich gehe auf suche so zweimal frucht gleich einmal essen und noch einmal essen so und jetzt kann ich die hier einfach droppen nicht gleich offen sie so verwirrend dass man das inventar nicht mit öffnet und das mit mit haben bin so ja ich bin so gewohnt das inventar mit zu öffnen ja ich weiß ich bringe mal ein paar lange stücke ach du man verliert so schnell energie okay ich habe ewig viele trockene blätter und es regnet gerade nicht deswegen nehme ich mal gerade die gelegenheit und habe kein feuerbrett ging das noch anders ich glaube das brett brauchte man aber immer gibt es noch eine andere möglichkeit diese 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 dinge da rauszukriegen haben wir noch holzscheitel oder wer ist das genau diese guten fetten ja es gibt drei unterschiedliche bretter ja ich meine die fetten oder wenn hier keine mehr drin sind dann habe ich verbraucht wir hatten nur vier aber ich kann mir können ja ein paar bäume kaputt machen ja müssen wir glauben ich habe ich habe immer noch keine axt könnte ich mal machen und hier ding axt wie war das nummer zwei stöcke zwei kleine stöcke oder einen großen ein seil und zwei steine achst so gar nichts ich glaube so einen großen baum kann ich gar nicht fällen das kann natürlich sein okay sechs bananenblätter kannst du mitnehmen okay es ist gerade zwei uhr zwei im spiel ich habe jetzt volle energie und krass und ich habe alles weggetrunken wie wie kann ich den parasiten befallen ich möchte die nur schon nicht aufgeben also noch ein paar nüste irgendwo weil wir brauchen mehr parasiten hier bekannte behandlungsmethode die einnahme von pflanzen mit natürlichen fack auf wieder pflanzen mit irgendwas speziell gedönster ich gehe mal ein bisschen auf suche du kannst du da oben ein bisschen bauen ja ich fälle mal ein baum und guckt euch hier feuer krieg da fack was ist los wir müssen auch irgendwie irgendwie muss der sperr doch gehen ging das nicht mit dem langen mit dem langen stock ich weiß wir haben ja auch kein tutorial gemacht wo man sie sehen könnte wollten wir doch nicht ja wolltest du dich sagen wieso ich muss ich muss mal schlafen gehen ja 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 wo er geht zusammen benutzt ein bett oder drücke c läuft hier ist ein banan also an dem bananen baum wachsen banan oh geil die kümmer auch essen wo habe ich banane zerfällt in zwei tagen meine bananen kannst du nach einem tag schon nicht mehr essen oh mein gott geben oh mein gott gibt geben bananen viel ja 25 hydrat hydrate ne kohlenhydrate oh mein gott wir müssen ausschau halten nach bananen ja so polscheid einsammeln um so ein brett zu kriegen genau feuerbrett warum kann ich das nicht mitnehmen habe ich eins ich hatte eins okay russisch papageien körper aber hier liegt einfach ein papagei tot um muss man echt so platz machen im rucksack wieso oder moment mal kein blatt kein platz mehr im rucksack aber warum wo willst du das hin man kann den papageien körper lege ich mal hier hin so papagei ja schon papageien ja dann kein platz juli kannst du dich aufheben was in verwendung an kein platz mehr im rucksack auch nicht hä was habe ich denn im rucksack was weil das ding brauchen wir um feuer zu machen aber ich kann es auch nicht aufheben kein platz mehr im rucksack moment ich gehe mal kurz zu rauchen wird das aber müssen muss ich das nie wir brauchen das stimmt du kannst auch glaubt direkt mit herstellen oder moment mal ich müsste mich mal untersuchen ich habe irgendwo ein wurm und eine wunde hier auch ein komplett ein komplett längliches oder ich steuer der wurm ist das der wurm und wir werde ich den los oder ist ein wildschwein schon wieder wurm wirst du das mit ne hier vergiftet ist nämlich vergiftete wunde ekel fieber parasiten dreck wir haben noch kein wurm weil ich krieg hier die ganze zeit wurm geistige gesundheit und so aber kannst du mir denn kannst du mir denn irgendwie aus dem armen operieren oder ich habe keine klinge eine klinge kann ich ja besorgen wenn das das problem ist ich habe keine ahnung habe ich glaube nicht dass du eine klinge braucht um mir moment mal moment mal moment mal moment oh schade was da war gerade ein wildschwein dahinter dir oh was ist eigentlich mit dem wildschwein mit dem wildschweinfleisch passiert das ich gesammelt habe hast du das hast du oh ich muss mal schlafen du hast doch das wildschweinfleisch ja ja aber wir haben auch kein feuer ja dann mach es doch endlich mal oh halt nicht schlagen ja du hast du hast das brett ja wie mache ich das jetzt das muss noch kombinieren mit einem stock in einem kleinen stock mit einem kleinen und dann und dann handbohrer herstellen und jetzt handbohrer jetzt kommst du hier zum feuer ja oder tropft einfach indem ich es so ein geschehen sie ist den papagei ja nehmen den handbohrer benutzt ihn hier ja dann brauchst du ein paar trockene blätter brauchst du noch hier rein ja ich hab so und du schmeißt es hier ins feuer rein so jetzt machen wir das fleisch bitte was mit dem papagei passiert hab den auch gesammelt geil geil das braucht aber lang hast du alles getrunken hier ne nur 3 ich sehe es genau gehen wir noch ein paar mehr kokosnüsse holen weil wir brauchen mehr schalen ja ich bin auf der suche moment stets bemüht alles dauert ja ewig du kannst währenddessen mal hier hinten ich habe einen langen stock dabei kannst mal die ganzen blätter die ganzen blätter jetzt hier hin machen ja ich hab die ja schon dahin gebracht ja ja aber hier ist der ständer nichts ne laul man 30 auf neul so hungry ja ja ich weiß schon warum ich bin Ah ja, das dauert ja ewig. Ja, 30. Ja, da kann man da. Jetzt habe ich einen Stein aufgenommen. Ja, stimmt. In den Stein lag noch ein Blatt. Okay, das gleiche ist halb. Alter. Ich frage mich, ob die Pflanzen irgendwann nachwachsen. Ja, jetzt bist du durstig, du Sack. Flisch-Parasiten oder nicht? Eigentlich eher nicht so, ne? Nein, eigentlich nicht so, ne? Das ist eine Schlange. Geil. Die ist immer da. Die ist immer da. Nein, ich will aber eigentlich nicht sterben. Fuck off. Hier ums Eck, ne? Ja, genau. Da sitzt sie immer. Oh, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ups. Scheiße. Was hast du jetzt wieder gefressen? Irgendeine unbekannte Blume. Nicht alles fressen, was am Boden liegt. Ja, aber das hat 15 Kohlenhydrate gegeben. Ja, ja. Und die Lebensmittelvergiftung. Also ich weiß ja nicht, was ich geiler finden soll. Und dieser Kackwurm da, wie ich... Wie werde ich diesen Wurm los? Du musst dich untersuchen. Achso, den Wurm. Achso, nicht Ekel. Kratzer, Schramme, Wundinfektion. Gibt es da nur Ekel, Fieber, Parasiten. Wurm. Neulgern Wurm. Wurm mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen. Schmerzhaft um die geistige... Schmerzhaft um die geistige Gesundheit leidet. Ich brauche eine Knochen- oder Fischnadel. Wie mache ich denn eine Knochen-Nadel? Ja, diese Frage, die stellen wir uns in der nächsten Folge. Das war es hier mit der dritten Folge. Oh, Nico, macht mir irgendwas? Ich habe eine Knochen-Nadel. Das machen wir nicht in der nächsten Folge. Was hast du jetzt gemacht? Zauberei. So. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, immer gern reinliken. Und ein Abo da, hast du vergessen. Genau, das ist ganz wichtig. Oh Gott, dein Kopf ist holt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschöö.